Wir sind heute wieder hier bei uns im Studio. Wir haben natürlich wie immer ein Model eingeladen. Zwei schwangere Models oder drei? Hilf mir? Zwei. Genau, wir haben ein großes schwangeres Model und wir haben aber noch ein paar kleine dabei. Heute werde ich unterstützt vom Frank. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ich halte die Tiere seit fünf Jahren. Ich habe ca. 20 Tiere zu Hause und als Hobby züchtig mit ihnen. Sie sind volle Tiere, sehr ruhig, sehr entspannt. Ich hoffe, dass es dann auch beim Models so sein wird. Schauen wir mal. Es wird bunt, es wird tierisch und wir schauen jetzt einfach mal, was heute alles passiert und was die kleinen Pythorn für tolle Fotos heute an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Schleißes auch alles gehört, oder? Ja. Also du kannst jetzt auch scheißesuch sein. Ja, du kannst jetzt noch scheiße sein. Das ist echt.